So, moin moin ihr Landratten und herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog. Ich bin unterwegs mit Suduru und mit Forrest Weidel und mit seinen Kollegen. Das ist ja langweilig da. Dann lass hier runter, die kommen die scharfen und dann können wir drüben wieder hoch oder runter. Fahren wir mal da, da wo wir mit den einen hoch sind. Meiner auch, meiner auch. Aber man merkt hier, man merkt hier, dass meine Karre weniger zieht. Also, ich bekomm sie auch schlechter hoch. Ich muss richtig reindrücken, dass sie hoch kommt. Meiner auch? Deine nicht. Deine ist ein Einspritzer. Da ist alles gut. Mal kommen die Sonne raus. Hier sind die Straßen schon wieder trocken. Ja, hier oben auf dem Berg ist es eh immer Zufall, wenn es regnet. Meistens. Das kann man gar nicht voraussagen. Junge, ich finde sein Fender so hässlich, aber kann man auch nichts dafür. Na, der kurze von dem. Ja. Aber den hat er doch nur dran, weil sein anderer kaputt gegangen ist. Ja, ja. Das stimmt schon, ja. Der ist auch ruhig mal überholt. Ja, sag's ihm. Der hat den geilen Arsch. Wer? Der Fahrradfahrer. Ich denke, wir müssen aufpassen. Da kommt bestimmt auf einmal so eine Schärfe. Da zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Oh, boah, die geht's. Die ist geil. Oh, du warst fast, was ich? Ah, da kommt schon die erste. Boah. Boah, er ist weg, ne? Ne, ne, der kommt... Da oben? Jetzt. Da ist er. Boah. Oh, er war krass. Ja, ohne Kokko. Auf jeden Fall. Oh, er ist wieder. Ja, mal ba 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 ba. Boah, er ist wieder. Ja, mal ba 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 ba. Dicke, auch ein richtig geiler Typ, Alter. Warum? Weil er korrekt ist. Boah, ey. Boah, Dicke. Was ist das Ding gerade für schreckend? Sind wir die gestern auch gefahren? Was? Sind wir die gestern auch gefahren? Ja klar, hoch halt. Alter. Ist ein bisschen am Gas spielen. Ja, leider auch. Mach ich doch. Geiler olde. Geiler olde. Ich will mal auf die Rennstrecke, Dicker. So auf eine Kartstrecke oder Supermotorstrecke. Da wollte ich am Samstag hin. Vielleicht gehe ich nicht. Soll ich nicht mal auf den Typ warten? Bist immer noch hinter mir? Jaja. Ich hätte dich eigentlich schon zweimal überholen können in der scharfen Kurve. Ja, die ist normal. Die eine bin ich auch durchgerollt. Ich warte mal ein bisschen auf den. Ich hänge dir voll hinten dran, keinen Bock zu zensieren. Oder ich fahre wieder vor dir. Mit einer Supertube wird es dir glaube ich keinen Spaß machen, weil nach einer halben Stunde wird dir der Arm abfallen. Vom Gas geben. Und weil die so richtig deinen Arm wegreißt, wenn du Gas gibst. Die Supertube. Ja. Als ich die SMCR gefahren bin, dachte ich auch... Wir sind hier nicht gefahren, Digga. Doch, wir sind hier hochgefahren. Wir sind hier hochgefahren. Mit den zwei. Wir sind dann zu der höchsten Stelle hoch. Da haben sie gesagt, ja, wenn wir hier fahren, hier kommen dann halt voll die scharfen Kurven und so. Immer die Scheren da. Warten wir hier mal. Ja gut, der weicht dann, oder? Warten wir mal auf den. Wie meine, knallt. Beim Runterschalten. Was? Boah. Ah, Digga. Warten wir mal Drehzahlbegrenzer. Ah, ja man. Aber Akra wird... Du bist tot. Du bist tot. Da kommt er ja. Fahr du einfach vor, wir fahren hinterher. Lass mich mal vor dich. Ich will den scheiß Gesamt nicht schnüffeln. Dann fahr ganz hinten. Der entklebe ich doch wieder nur hinter dir. Du musst doch mal ein bisschen Gas geben. Ja, mach ich, okay. So langsam. Ja, okay. Da oben ist Klaus. Ich muss mal wieder das alte Öl kaufen. Das riecht nämlich nach gar nichts. Da riechst du nur Benzin. Ja, muss ich mal machen. Das ist aber übel teuer. 22 Euro. Ne, 26. Für ein zweites Öl.